Servus und Hallo zusammen. Heute habe ich für dich aus Indiana von MGP den George Remus, King of the bootleggers dabei. Viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und Hallo zusammen. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist hier bei mir auf Whisky Enjoy, dem Kanal für amerikanischen Whisky hier bei uns in Deutschland. Was habe ich euch denn heute mitgebracht? Wir kommen heute aus dem Staat Indiana und was sagt uns erfahrenen Bourbon-Fan dies. Wir sind heute bei MGP. MGP, der höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich so viel ich weiß größte Alkohol- und Spirituosenhersteller in den Vereinigten Staaten. Auf jeden Fall einer der größten. Mag mich da jetzt nicht festlegen, habe es nicht wirklich recherchiert, aber auf jeden Fall ist MGP einer der ganz ganz großen Spirit-Hersteller für Bourbon, für Rye und andere Whiskys und auch anderen Alkohol, auch für medizinischen Alkohol oder sonst was. Ganz ganz viele, ich sage jetzt mal unabhängige Abfüller oder Abfüller, die Sourced Whisky in den Vereinigten Staaten von Amerika herstellen, beziehen ihren Spirit, ihren Whisky von MGP. Seit kurzer Zeit gibt auch MGP eigene Abfüllungen heraus. Letztens habe ich euch den Rossville Union vorgestellt zum Beispiel, der wird nun auch direkt von MGP vertrieben. Ich werde euch das Video hier oben nochmal einblenden, wenn es euch interessiert. Und auch die Abfüllung von heute, der George Remus, King of the Bootleggers, ist eine Original MGP Abfüllung. Gut, somit habe ich am Rand erst mal alles zu dieser Abfüllung gesagt, die ich wieder einmal aus einer schönen Flaschenteilung bekommen habe. Genau, und erhältlich und importiert wird sie derzeit unter anderem von Mike's Whisky Handel, der viele dieser Abfüllungen für uns hier nach Deutschland geholt hat. Aber man bekommt sie natürlich auch bei anderen Händlern in ganz Deutschland. Gut, was kann ich euch noch über diese Abfüllung hier sagen? Er ist mit 47 Volumenprozenten, was 94 amerikanischen Proof entspricht, in die Flasche gekommen. 47 Volumenprozente. Eine für Bourbon angenehme Trinkstärke. Für mich die optimal Trinkstärke für amerikanischen Bourbon fängt meiner Meinung nach tatsächlich eher bei 50 Volumenprozenten an. Aber ich lasse mich da auch immer von Besseren überzeugen. Es gibt schöne amerikanische Whiskys, schöne Bourbons, die wirklich auch mit deutlich niedrigeren Volumenzahlen als die von mir so bevorzugte Alkoholzahl von 50 Volumenprozenten herausgebracht werden. Der Bottled in Bond Act beschreibt ja übrigens auch, dass die Abfüllung genau 50 Volumenprozent beschreiben muss. Und ich denke, die Jungs und Mädels, die den Bottled in Bond Act so in die Welt gesetzt haben, haben sich bei dieser Volumenzahl tatsächlich auch was dabei gedacht. Aber das haben wir hier nicht. Der George Remus King of the Bootleggers Straight Bourbon Whisky Non-Chill Filtred, also nicht filtriert, Straight Bourbon Whisky natürlich auch nicht gefärbt. Kommt hier von MGP aus Lawrenceburg, Indiana in die Flasche. Und jetzt lasst mich schauen, ob ich noch was anderes für euch aufgeschrieben habe. Tja, er lagerte natürlich in frischer, ausgebrannter, amerikanischer Weißeiche. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, was allerdings nicht unüblich ist. Ganz klar ist ja verpflichtend und da hier kein Alter draufsteht, aber das Wort Straight auf der Flasche zu finden ist, ist diese Abfüllung hier ein Mindestmaß von vier Jahren. In besagter amerikanischer Eiche gelagert. Es muss tatsächlich nicht wirklich Weißeiche sein, aber die amerikanische Weißeiche eignet sich einfach, so viel ich einmal nachlesen konnte, ganz besonders gut zum Fassbau. Und dann ist es wieder ein Unterschied, wo in den Vereinigten Staaten diese Eiche gewachsen ist. Ob sie irgendwo in Thälern gewachsen ist, ob sie in einem milden Klima oder in einem rauen Klima gewachsen ist. Das bringt ganz, ganz unterschiedliche Wachsformen, auch von der ein und derselben Eichenform heraus. Genau, da wird auch ganz, ganz viel gespielt. Fass ist tatsächlich nicht Fass. Das möchte ich nur so am Rande einmal angekratzt haben. Gut, die Flasche, tja, es ist eine schöne, übliche Flasche. George Remus ist wohl eine ganz bekannte Person aus der Prohibitionszeit. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, entweder in Wikipedia eingeben oder googeln oder vielleicht bei anderen Orten informieren. Ich wollte da tatsächlich nicht eine Märchenstunde aus dieser Verkostung machen. Gut, es steht tatsächlich hier auch eine ganze Menge drauf, aber das brauchen wir jetzt nicht. Ich blende es für euch ja ein, vielleicht könnt ihr es euch selber nachlesen. Gut, was kann ich euch noch sagen? Die Mesh Bill ist in diesem Fall leider nicht bekannt, aber man spricht hier auf jeden Fall von einer High Rye Mesh Bill. Nicht George Remus, sondern MGP hat, glaube ich, zwei höher Rye Mesh Bills. Genau, so ungefähr stimmt das Wort. Und davon hat eine, glaube ich, 93% Rye oder mehr. Mehr, das ist hier auf keinen Fall drin. Also wir haben hier sicherlich, na, das ist ja die Rye Mesh Bill, genau. Also wir haben hier bestimmt einen schönen Anteil, aber so wie er mir beim Verkosten bisher geschmeckt hat, haben wir hier schon eine schön hohe Prozentzahl auch an Korn in der Mesh Bill und gar nicht so wahnsinnig viel Rye Roggen. Gut, zum Preis vielleicht auch noch, diese Abfüllung hier ist bei uns in Deutschland für circa 67 Euro zu bekommen. Wir haben es hier natürlich mit einer original amerikanischen 750 Milliliter Flasche zu tun, die dann bei uns in der Regel umdeklariert werden muss. Aber MGP macht sich zum Glück noch nicht die Mühe, hier extra für uns Europäer 700 Milliliter Flaschen abzufüllen. Würde mich persönlich freuen, wenn das dies hier auch so bleibt. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, so ziemlich alles über diese Abfüllung gesagt. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zwischendurch. Wie dir vielleicht beim Anschauen des Videos jetzt aufgefallen ist, siehst du, dass ich heute zwei Mikrofone trage. Das liegt einzig daran, dass ich es nicht übertreiben will, sondern ich probiere ein neues Mikrofon aus. Bin mir da aber nicht sicher, ob die Klangqualität meinen Ansprüchen, die ich bisher hatte, die ich meine ganz gut jetzt in den letzten Videos gewesen ist, hatte, ob sie dem auch noch entspricht. Und so habe ich ganz gern zum neuen Mikrofon ein Backup. Gut, genug Technik. Danke fürs Zuhören. Gut, 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 gut. Was der George Remus so für mich in der Nase parat hält. Wie auch schon erwartet, ist die Nase schön süß. Die üblichen Bourbon-Vanille-Aromen sind da und sind nicht nur leicht da, sondern diese Bourbon, diese Korn, diese Mais-Süße, die ist wirklich deutlich da. Diese vanillige Süße ist schön kräftig da. Dabei sind auch tolle Kräuternoten da und nur ganz, ganz zart für mich ist Eiche zu spüren hier in der Nase. Ich habe eher so ein bisschen einen kleinen aschigen Moment da. Eine Fruchtigkeit ist auch da und die Fruchtigkeit würde ich jetzt mit einem frischen oder mit einem reifen Pfirsich und einer schönen süßen Mandarine vergleichen. So in die Richtung geht für mich die Fruchtigkeit und die Süße in Kombination mit dieser tollen Vanilligkeit von dieser Abfüllung. Vielleicht auch noch so ein bisschen, so ein bisschen Kirschnote ist schon auch dabei. Und man könnte, weil ich es gelesen habe, eben auch, wie ich es euch gesagt habe, dass es wir hier mit einer High-Rye-Mesh-Bild zu tun haben, bilde ich mir auch ein, so ein bisschen eine Roggen-Note in dieser Abfüllung hier zu finden. Aber dominierend sind eher diese fruchtige und vanillig-süße Note. Eine schöne Nase, keine extrem komplexe Nase, aber eine wirklich angenehme, schöne und bodenständige, traditionelle Bourbon-Whisky-Nase. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Lasst mich dazu kommen, diesen Whisky hier für euch zu verkosten und schauen, was mir hier der George Remus so auf dem Gaumen sagt. Cheers! Rund, süß, er könnte tatsächlich ein paar Volumenprozente mehr haben. Er tendiert zu einer Wässrigkeit. Dieses anfängliche, schöne, volle Mundgefühl verschwindet relativ schnell und wird dann so ein bisschen wässrig. Aber er hat auch schöne Noten. Er hat wirklich schöne, kakaoige Anklänge. Ja, also gerade so den Kakao habe ich noch ganz schön hier auf der Zunge liegen. Da ist Honig da, da ist so ein bisschen Ahornsirup da. Ich habe letztens tatsächlich erst mal Pfannkuchen, wie man es bei uns nennt in Berlin, sagt man ja zu den Berlinern Pfannkuchen. Aber hier bei uns in Bayern sind Pfannkuchen diese großen Teigdinger, die man mit Marmelade und so isst oder eben auch Ahornsirup. Und diesen Ahornsirup habe ich hier auch im Geschmack drin. Wenn man ihn auf den Gaumen hat, wird die Nase auch noch ein bisschen schöner, kräftiger, intensiver. Schön, da ist jetzt auch so eine leicht minzige Würze dazu gekommen. Aber lasst mich noch ein zweites Mal probieren, was der George Riemers so für mich auf dem Gaumen finden lässt. Ja, wie schon beim ersten Mal, er hat einen tollen Antritt. Er ist wirklich sehr angenehm. Er ist sehr weich, er bietet am Anfang eine gewisse Vollmundigkeit, in meiner Gewohnheit allerdings ein wenig zu wenig. Er wird dann einfach tatsächlich wässrig. Er hinterlässt wieder diese schöne Kakaonote, hat auch so eine gewisse Fruchtigkeit, was wieder an so ein bisschen mich an Aprikosenmarmelade erinnert. Auch so eine gewisse Minzigkeit, Kräuterigkeit, so eine leichte Roggennote, Roggenbrotnote ist vielleicht mit dabei. Aber viel mehr. Und diese süße Note, die ich da habe, die bleibt auch tatsächlich da. Er ist leider nicht ölig im Mund. Also er ist nicht so mundauskleidend, er bleibt einzig auf der Zunge liegen. Und das ist diese süße, kakaoige Note, die ich auf der Zunge weiter liegen habe. Man könnte auch sagen, so ein bisschen Vollmilchschokolade. Er ist ein schöner Straight Bourbon Whisky, den wir hier aus dem Hause MGP haben. Aber ich meine, er reiht sich eher in die Whiskys ein, von denen wir sehr, sehr viele auf dem Markt haben. Eine relativ belanglose Mittelklasse. Eher die untere Mittelklasse, möchte ich sagen. Aber ich will hier niemanden, der diesen Whisky hier sehr, sehr gern mag, vor den Kopf stoßen. Es ist definitiv ein schöner Bourbon, ein schöner Straight Bourbon Whisky. Aber er ist nichts, was mich jetzt so wow sagen lässt. Ja, so ist, glaube ich, meine Aussage zu dieser Abfüllung. Vielleicht noch mit Preisvergleich. Ich meine, dass der Gut zwischen 30 und 40 Euro vom Preis eingegliedert werden könnte. Ich glaube, dass er ja natürlich in den USA auch ein bisschen günstiger ist wie bei uns hier. 67 Euro ist jetzt nichts, was ein endloses Loch in die Tasche brennt. Aber es ist natürlich auch nicht wirklich günstig. Also da gibt es deutlich günstigere Whiskys, die mehr bieten, die etwas Längeres bieten, die mehr die Knospen im Mund und mehr das Riechorgan fordern einfach und einfach im Gesamtpaket mehr bringen. Ja, aber den kann man, wenn man möchte, sich gern mal reinstellen. Schön wäre es, wenn man ihn unter 50 Euro findet. Vielleicht gibt es das, aber vielleicht ist in der neuen Preispolitik das ja auch tatsächlich mit 67 Euro ein Normalpreis. Gut, lasst mich zum Ende kommen. Mir hat es wieder richtig gut gefallen, euch dieses Video vorzustellen. Wenn es auch dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn es dir richtig gut gefallen hat und du es noch nicht getan hast, dann abonniere meinen Kanal. Und wenn du das schon getan hast, dann klick auch auf die Glocke, um keines meiner weiteren Videos, von denen ich schon viele für euch in petto habe, mehr verpassen wirst. Und wenn du mir dann auch noch einen Kommentar unter dem Video drin lässt, ob es dir gefallen hat oder was dir eventuell an meinen Videos nicht gefallen hat, dann schreib es unter meine Videos. Du wirst auf jeden Fall ein Feedback von mir bekommen. Ich bin auch an konstruktiver Kritik nicht abgeneigt. Ja, genau. Ich glaube, jetzt habe ich alles zu dieser Abfüllung und zu meinem Kanal gesagt. Und jetzt bleibt mir am Schluss nur noch wie immer zu sagen, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Hab immer einen guten Genuss, dein Konstantin von Whisky and Joy. Tschüss.